Ja, Permuda Zweig, das sind wir zwei, Fabian Hagedorn und Daniel Kraatz. Und wir machen seit jetzt zweieinhalb Jahren Klavierkabarett auf Abwegen und kommen aus Erfurt und Weimar. Also am Projekt Christmas Swing sind einerseits wir, das Bermuda Zweig beteiligt und die Crazies Big Band. Das ist eine Big Band hier aus Erfurt, die aus, wie Sie selber sagen, professionellen Kleinmusikerinnen besteht. Und wir haben uns gedacht, wir würden gerne das, was wir mitbringen, also so diesen satirischen, kabarettistischen Einschlag, gerne mal zusammenbringen mit dem Sound einer Big Band und gesagt, getan. Ein paar Treffen und vielleicht auch ein paar alkoholische Betränke später war die Idee für Christmas Swing geboren. Laut, mitreißend und weihnachtlich. Also ich denke, das Programm ist sehr weihnachtlich, zugleich sehr unweihnachtlich. Und da wir es im November aufführen, füge ich noch hinzu vorweihnachtlich. Das ist ganz klar, maßochisten Weihnachten. Also wenn ich noch eine zweite Möglichkeit hätte, würde ich noch mal darauf antworten. Ja, ganz klar, der Kommissar. Das kommt auf die Zeit drauf an. Also das ganze Jahr Weihnachtsmuffel und so ab dem 15.12. Weihnachtsfällen. Aber auch nur bis zum 26.12. Ninj 들어가 rein. Das war garanti. Caesar ist imовos otherwise. Ini erstmal aber. f Chatze και KPop ten Democrats點. Euahu das Farm und stope. Wir sehen uns beim Einstellen. Geezo!